So, herzlich willkommen bei den Sims 3, dies ist eine beliebte Stadt, deine Stadt, die du mit dem verändern kannst. Siehst du die grüne Blase, das ist deine Kartenmarkierung und sie stellt dein Haus, der herzlichen Ursprüngst du deinem neuen Heim. Siehst du die verschiedenen Kartenmarkierungen in der Stadt, jeder von ihnen, im Prinzip wisst ihr wie das, ja, Tutorial verlassen, im Prinzip wisst ihr wie das alles ausgeht. So, und wir starten. So, jetzt lass mich einmal mal nachsehen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, wir haben nämlich nicht genug Platz für alle. Ich habe es mir gedacht, wir haben nicht genug Platz für alle. Ein Job ist die Möglichkeit, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen jetzt erst mal in den Baumodus. Wie erinnere ich jetzt noch mal den Modus, das weiß ich gerade gar nicht. Wir müssen jetzt erst mal in den Baumodus. Erst mal. Erst mal. Das war's für heute. Wir müssen dann erstmal in einem Zimmer schlafen, das ist der Doppel. Das ist noch wenig in Ordnung. Ich würde diese Wand gerne... Nein. Ähm, ich würde gerne eine Wand ziehen. Das ist... Ich muss erstmal Wände ziehen, bevor ich alles so verstehe. Dann... Und... Ne, das ist ja ein anderer Stil. Warte mal. Dann nehmen wir was anderes. Alter, ich sehe nichts. Ist noch ein Fenster. Boah, Hilfe! Boah, das ist aber auch hier mein Minigüter. So, ich hoffe, das Geld reicht schon. Dann haben wir noch... Ähm... ...eine Wahrheit drin. Wenn es hier eins ist... Und dann noch... Da reizen... Dann soll er noch, wie das auch hier an der Seite ist, sieht sehr schön aus auf jeden Fall. So, dann ist der Raum auch jetzt räumlich getrennt. Dann muss er einfach, ähm, ein Dach muss da gleich noch drauf, das weiß ich. Und eine Tür muss da auch gleich noch rein. Ich brauch eine Tür, die Tür von Türen und mehr. So. Ist das denn ein hohes Satteldach? Oder was ist das? Ist auch zu, ne? Ja. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus, wie ich finde. Kann man schon fast so lassen. Gut, lassen wir das mal so. Gut. Gut, das war das. Dann fehlen jetzt noch zwei Betten. Dafür gehen wir jetzt in den Kaufmodus. Und dann brauchen wir jetzt zwei Betten. in der Hoffnung, dass unser, aber nicht das. Wie kann ich das denn jetzt noch mal drehen? Nein. Ähm. Scheiße. Wie dreht man das nochmal? Ja, so soll das ja nicht werden. Oder? Kann man das? Ja, aber ich würde das trotzdem gerne lieber drehen. Scheiße. Mist. Wir machen das mal so. Dann noch ein zweites. Hör mal. Oder daneben. Dann klicken die ein... Tisch hier rein, da kommt denn ein Wecker drauf. So... Dann noch eins von Ihnen, das kommt dann, was ich hier entdecke. Dann natürlich Lampen gehören natürlich auch da rein. Und natürlich dann noch eine Deckenlampe. So, ich ähm... So viel mehr haben wir hier leider gerade nicht. Scheiße. Und dann den Baum aus. So viel mehr machen wir mal. Im Stadion findet gerade ein Spiel statt, das Peter sich bestimmt gerne anzunehmen. Oh, er ist ein Single! Für Pete. Die Samstagste Möglichkeiten, die Zeit bei einem neuen Situation verlangsam unterzustreiten möchtest du... Nein! Ich weiß das doch. Wo ist denn das Stadion? Ist das das Stadion? Ich hab hier schon in Ewigkeiten keine Sims mehr gespielt. Aber... Ich hab hier... Ich hab hier mal... Ich hab hier noch eine Politik-Karriere anfangen. Ich hab hier noch... Wie ist das? Spiegt gerade! Ach, da war... selbst eben ist mit ihren nachbarn fernst möchtest du mehr darüber fahren wenn man doch nicht so nahe hin aber wenn du schon mal dabei bist ja hört auf euch zum arm spielpause einlegen zu sehen desto immer dazu karriere annehmen natürlich glückwunsch später zu ihm die zusage für einen neuen job erhalten peter muss am montag um 9 uhr am arbeitsplatz rathaus erscheinen tori kumura ist der chef von peter es kann nie schaden gute beziehungen zu seinem chef zu pflegen peter von herzels hat die politikkarriere eingeschlagen wird sich immer an den tag erinnern der sein gesamtes berufsleben bestimmte richtig du wirst jetzt mal anfangen hier mal was zu kochen machst mal waffeln wo bist du ach du betrachtest quasi deine eigentümer was willst du fähigkeit schreiben erlernen ja das ähm nein möchte ich nicht ähm wenn wir genug geld haben kaufen wir uns natürlich auch einen computer das äh dauert dann hoffentlich nicht mehr so lange ebenso brauchen wir noch ein zweites badezimmer aber dazu dann später mehr die anfangsphase wird denke ich mal ein bisschen schwierig sein wie unregelmäßig das hier auch mit der außenfassade ist aber naja gut so ja naja gut konner konner abit winaf a trevna javid uff brakus tuzi nabazin blurt kipatuni brab uka chesma upa nubi nimzer foglu upa pappasar pappasar du wirst auch gleich mal hier redet auch miteinander, das ist sehr schön dann fragen wir ein bisschen nach karriere mhm dann redet ihr ein bisschen über ziday lagan Libor Uta oper europe über die blick sendungen war nicht so gut tom hat erfahren dass sie arbeit das ist aber ja ich sag mal schade was macht sie trachtet vielleicht du kannst mal